Hi, heute gestalte ich meinen Kalender für den Mai 2021 mit dem gleichen Thema wie in meinem Bullet Journal, also Gelanden und Party und so. Und ich habe mir erstmal alles mit dem Bleistift vorgezeichnet, nämlich einen kleinen Tisch mit einer ganz großen mehrstöckigen Torte, auf der eine kleine Kerze droht. Und darüber ist dann eine Gelande, auf der Mai steht in den Wimpeln. Und über die Gelande und auch ein bisschen unter die Gelande habe ich noch Wolken gemalt. Weil das Bild noch sehr leer war, habe ich links und rechts neben die große Torte noch Konfetti-Kanonen gemalt, weil das Bild dann noch sehr, sehr leer war. Und das passt ja auch ganz gut zum Thema Party. Und dann ging es jetzt auch schon ans Ausmalen und ich habe mit einem hellblauen Buntstift den Himmel erstmal gemalt. Dann kam die Wiese, auf der die Konfetti-Kanonen und der Tisch steht. Und dann habe ich den Tisch mit Braun ausgemalt und die Torte habe ich ganz bunt gemalt. Die Konfetti-Kanonen wurden lila und das Konfetti in ihm auch wieder ganz bunt. Musik Die Gelande habe ich in den Tisch. Ich habe dann rosa, blau und lila angemalt. Und anschließend habe ich nochmal alles mit einem schwarzen Fineliner umrahmt. Musik 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 Und jetzt ist mein Kalender für den Mai 2021 auch schon fertig. Bis zum nächsten Video und Tschüss!